Heute geht es um das Thema Geschenkideen für Gitarristen. Ich nenne dir 15 gängige Gitarristengeschenke und sage dir dazu meine Meinung. Hallo, hier ist Christian. Heute geht es um das Thema Geschenke für Gitarristen. Über die Jahre wurde ich immer wieder angesprochen von meistens Familienmitgliedern oder Partnern von Gitarristen und Gitarristinnen. Mit der Frage, was kann man denn zu Weihnachten oder zum Geburtstag sinnvolles schenken, wenn jemand Gitarre spielt. Und auch ich selbst habe natürlich schon einiges geschenkt bekommen. Ich habe einfach mal die 15 gängigsten Geschenkideen für dich aufgelistet und sage dir zu jedem Einzelnen, was du dabei bedenken musst und was ich davon halte. Geschenkidee Nummer 1, Gitarrenseiten. Wenn man das macht, Seiten verschenken, muss man sehr genau wissen, wie die persönlichen Seitenvorlieben desjenigen sind, für den sie gedacht sind. Also es gibt für die verschiedenen Gitarrentypen alleine schon ganz verschiedene Seiten. E-Gitarrenseiten sind ganz anders als Western-Gitarrenseiten und Konzert-Gitarrenseiten. Es gibt ganz verschiedene Seitenstärken, verschiedene Hersteller, wo jeder irgendwie seinen persönlichen Geschmack hat. Also das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Wenn du nicht ganz genau weißt, welche Seiten gewünscht sind, würde ich die Finger davon lassen. Ich selbst habe auch schon Seiten geschenkt bekommen und habe mich meistens nicht so sehr darüber gefreut, weil es meistens nicht die Seiten sind, mit denen ich was anfangen kann. Eine Ausnahme mag sein, wenn jemand jetzt gerade erst mit Gitarre angefangen hat und selbst noch keine Ahnung hat, dass man dann vielleicht im Geschäft rausfinden kann, was wären denn jetzt für diese Gitarre, die derjenige hat, die richtigen Seiten. Aber je länger jemand Gitarre spielt, desto individueller ist da der persönliche Geschmack. Ich stelle mir das so vor, wenn ich einem Angler Angelschnur schenke, ich verstehe davon überhaupt nichts, dann ist die Chance sehr groß, dass man daneben liegt. Also im Zweifelsfall such dir besser eine andere Geschenkidee. Zweitens eine Seitenkurbel. Das dient dazu, dass man Seiten schneller auf- und abwickeln kann beim Seitenwechsel. Das ist eine absolut sinnvolle Sache. Und es ist auch sehr günstig. 1, 2, 3, 4 Euro wird sowas kosten. Die Gefahr ist höchstens, wenn jemand schon lange Gitarre spielt, dass er sowas schon besitzt. Aber für Leute, wo man weiß, die haben noch keine Seitenkurbel, ein sinnvolles Geschenk. Und man kann davon auch zwei oder drei haben, dass man eben eine zu Hause hat und eine in jeder Gitarrentasche zum Beispiel. Dritte Idee. Ein Plektrum oder mehrere Plektren. Da ist es ein bisschen wie mit den Seiten. Es gibt sehr verschiedene Plektren in Form, Größe, Dicke, Material. Bei Einsteigern im Gitarrenbereich finde ich es ganz sinnvoll, wenn man denen vielleicht mal so ein gemischtes Plektren-Sortiment schenkt, dass sie einfach mal in Ruhe ausprobieren können, was ihnen gefällt. Aber bei erfahrenen Gitarristen würde ich darauf verzichten. Würde ich, glaube ich, keine Plektren verschenken, weil man dann eben auch genau schon Vorstellungen hat, was man haben möchte. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe da auch keinen großen Verschleiß. Meine Plektren halten ewig. Das heißt, ich brauche da auch selten Nachschub. Ich würde mich jetzt nicht wahnsinnig darüber freuen, Plektren geschenkt zu bekommen. Vierte Idee, ein Stimmgerät. Das finde ich durchaus sinnvoll. Selbst wenn man schon ein Stimmgerät besitzt, kann ein zweites nicht schaden. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man Stimmgeräte irgendwann auch wieder verliert, meistens irgendwo liegen lässt. Gerade aktive Musiker, die irgendwo proben oder spielen. Und auch da kann ein zweites nicht schaden. Mein Tipp wäre, als praktischste Variante der Clip-Tuner, also das ist so ein Klammer-Stimmgerät, das man an die Kopfplatte der Gitarre steckt. Man kann damit dann auch in einer lauten Umgebung stimmen, muss nichts verkabeln und kann es schnell von einer auf die andere Gitarre stecken. Das hat sich für mich im Alltag über all die Jahre als praktischste Stimmgerätlösung erwiesen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich empfehle sogar darauf zu achten, dass es ein chromatisches Stimmgerät ist, Chromatic-Tuner. Da ist der Gitarrist nicht auf die ganz normale Standardstimmung festgelegt, sondern man kann auch die Seiten auf andere Töne stimmen. Und das ist vielleicht früher oder später auch ein Thema. Also wenn das Stimmgerät etwas teurer sein darf, dann sollte man ein chromatisches Stimmgerät verschenken. Fünfte Idee, einen Gutschein für den Gitarrenbauer oder Gitarrentechniker. Das finde ich eigentlich eine ziemlich sinnvolle Sache. Gitarren brauchen doch immer wieder mal ein bisschen Pflege oder man muss da vielleicht mal wieder was einstellen. Und wenn du weißt, dass dein Gitarrist, dem du was schenken möchtest, einen Gitarrenbauer wertschätzt oder kennt in der Umgebung, zu der man gerne seine Gitarren gibt, dann wäre ein Gutschein für einen Gitarreneinstell-Service oder Pflegeservice eine super Sache. Darüber würde ich mich persönlich auch sehr freuen, weil das einfach ein-, zweimal im Jahr bei einer Gitarre durchaus Sinn macht. Und Leute, die jetzt nicht so fleißig sind, selbst eine Gitarre zu pflegen, die freuen sich dann darüber. Sechstens, eine Gitarrentasche. Gitarrentaschen gibt es in allen Preisklassen. Ich rate davon ab, eine günstige Gitarrentasche als Geschenk zu nehmen. Also sicherlich wird es Gitarrentaschen für 10 Euro geben, aber die sind nicht wirklich gut. Es fehlt die Polsterung komplett. Und die richtig guten Gitarrentaschen, an denen man wirklich über viele Jahre Freude hat, die sind leider auch sehr teuer. Ja, meine Lieblingstasche ist von Mono Cases, heißt die Firma, glaube ich. Aber das ist auch in einer Preislage von mehreren hundert Euro dann schon angesiedelt. Und da sollte man schon sehr genau wissen, ob derjenige das wirklich braucht, dass es nicht nur eine Tasche ist, die dann nur zu Hause rumliegt. Das würde ich nur machen, wenn man wirklich weiß, dass das ein großer Wunsch ist. Und dann sollte es auch zum Gitarrenmodell passen. Darauf muss man natürlich achten. Sowohl E-Gitarren als auch akustische Gitarren haben ganz verschiedene Maße, ganz verschiedene Größen. Und man sollte dann zumindest im Laden ausprobieren, ob es passt. Oder man sollte vorher nachfragen, ob das und das Modell da auch optimal geschützt ist. Und bevor man eine billige Tasche kauft, lieber gar keine, lieber was anderes schenken. Siebte Geschenkidee, das habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen, ein Plektrenhalter, den man aufklebt. Auf die Gitarre oder auf ein Regal oder wie auch immer. Ich habe mich darüber gar nicht gefreut, weil ich nicht wüsste, wozu man das brauchen soll. Also auf der Gitarre sieht es einfach nicht schön aus, wenn da irgendwas drauf klebt. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der das gerne auf seiner Gitarre kleben hat. Ich habe es mir dann irgendwie in Schreibtischnähe, ja, ein Regal geklebt. Da kann man dann die Plektren reinstecken und die rutschen dann nicht raus. Aber braucht man es wirklich? Heutzutage habe ich einfach ein kleines Döschen mit meinem Plektren auf dem Schreibtisch in Reichweite stehen. Das ist meines Erachtens sinnvoller. Da passen auch viele Plektren rein. Ich würde meinen, das ist kein besonders sinnvolles Geschenk, der Plektrenhalter. Achte Geschenkidee, ein Gitarrengurt. Das ist vielleicht so ähnlich wie mit der Gitarrentasche. Die gibt es in allen Preislagen, verschiedenen Materialien. Es gibt dehnbare Gurte, also wie so ein Gummiband, wo die Gitarre dann so ein bisschen rumeiert. Manche mögen das, andere mögen es nicht. Es gibt Ledergurte, das mag ich zum Beispiel nicht besonders als Material. Da solltest du auch sehr genau wissen, was derjenige mag. Auch wie stark der Gurt gepolstert ist. Da geht es im Grunde auch darum, wie schwer die Gitarre ist, die damit getragen werden soll. Ob man einen besonders toll gepolsterten Gurt braucht oder nicht. Wenn man eine ganz leichte Gitarre hat, muss der Gurt nicht besonders toll gepolstert sein. Meines Erachtens zum Beispiel. Also einen Gurt würde ich auch nur dann verschenken, wenn du ungefähr weißt, was derjenige mag. Oder wenn es sich vielleicht um einen Gitarrenanfänger handelt, der noch keinen Gurt besitzt. Dann kann man auch erstmal irgendeinen Gurt kaufen. Dann ist es noch nicht so entscheidend. Aber bei erfahrenen Gitarristen, die wissen meistens dann auch bei den Gurten schon ziemlich genau, was sie wollen. Neunte Idee, ein Gitarrenpflegeset mit verschiedenen Tüchern ist das dann normalerweise zum Abwischen. Und verschiedene Flüssigkeiten, Pflegemittel, mit denen man die Gitarre gut sauber bekommt. Fürs Griffbrett, für den Korpus. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Gitarren, die gespielt werden, die muss man auch immer wieder pflegen. Und die werden mit der Zeit schmutzig und unansehnlich. Und gerade wenn das vielleicht ein Set ist, das man auch in einem Täschchen hat und gut mitnehmen kann, in einer Gitarrentasche oder so, ist das eine Sache, worüber ich mich freuen würde. Und ich denke, vielen anderen geht es genauso. Also durchaus eine gute Geschenkidee. Zehnte Idee, ein Gitarrenwerkzeugset mit Pfeilen, verschiedenen Inbusschlüsseln und was man alles braucht, wenn man selbst an der Gitarre Hand anlegt. Also für alle, die gerne auch handwerklich an der Gitarre aktiv sind. Dazu muss man wissen, mit wem man es zu tun hat. Bei mir käme so ein Geschenk nicht gut an. Wie ich schon oft erzählt habe, bin ich selbst überhaupt niemand, der an der Gitarre rumfeilt oder da wahnsinnig viel selbst einstellt. Ich würde das immer den kompetenten Gitarrenbauer machen lassen. Aber ich weiß, ganz viele von uns Gitarristen, für die ist das das Schönste überhaupt, eine Gitarre noch zu tunen, daran rumzuschrauben, Teile auszutauschen, das Ganze besser einzustellen, das Griffbrett abzufeilen und, und, und. Und wenn du weißt, dass du es mit jemandem zu tun hast, der gerne an der Gitarre Hand anlegt und handwerklich aktiv ist, dann ist vielleicht so ein Werkzeugset auch eine gute Geschenkidee. Wenn er es nicht schon hat. Elfte Idee. Wie wäre es denn mit einem Videogitarrenkurs? Ja, zufällig habe ich da welche im Angebot. Ich denke, Weiterbildung ist immer ein gutes Geschenk, weil das oftmals zu kurz kommt. Und meine Videogitarrenkurse kann man auch alle verschenken. Dazu am besten einfach mir kurz eine E-Mail schreiben. Und es ist auch möglich, einen Gutschein auszustellen, dass der Beschenkte sich selbst dann den passenden Kurs aussucht. Also einfach bei mir melden und dann können wir das gerne machen. Zwölfte Idee sind Sicherheitsverschlüsse für den Gitarrengurt, genannt Strap-Logs, Security-Logs. Und da gibt es zwei verschiedene Hersteller, die sich über die Jahrzehnte bewährt haben. Das sind Schaller und Dunlop. Ich persönlich bin am Anfang irgendwie auf die Schaller-Security-Logs gestoßen und verwende die immer noch. Im Musikgeschäft sagt man mir schon, die Dunlop-Logs seien doch besser. Ich glaube, es ist einfach egal. Man entscheidet sich für ein System. Und da wird praktisch das eine Ende der Gurtknopf an die Gitarre geschraubt. Also der originale Gurtknopf an der Gitarre wird ausgetauscht. Gegen den des Security-Logs und das Gegenstück wird an den Gurt geschraubt. Das hat den Vorteil, dass einem die Gitarre nie mehr runterfallen kann. Wenn der Gitarist, dem du das schenken möchtest, sowas schon verwendet, dann wäre es natürlich gut zu wissen, welches System er benutzt, dass du ihm jetzt nicht einen Schaller-Security-Logs schenkst, wenn er ansonsten das Dunlop-System verwendet, weil das dann nicht kompatibel ist, dann nicht jeder Gurt und jede Gitarre zusammenpassen. Wenn jemand sowas noch gar nicht hat, ist das ein tolles Geschenk. Oder auch, wenn du weißt, welches System er benutzt, weil das kann man immer mal dazukaufen. Wenn man mal wieder eine andere Gitarre hat, braucht man es dann. Oder wenn man einen anderen Gitarrengurt noch sich gekauft hat. Dreizehnte Geschenkidee wäre ein Gitarrenständer oder ein Gitarrenwandhaken. Finde ich eine sehr sinnvolle Geschenkidee, weil gerade an die Wand gelehnte Gitarren ohne Befestigung, die fallen gerne um und dann geht da was kaputt. Das ist ganz schlecht. Gitarrenständer gibt es auch in allen Preislagen. Ich rate dir mal wieder von den billigen ab. Das ist meistens Schrott. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht vor einigen Jahren zum Thema Gitarrenständer. Mittlerweile bin ich sogar selbst so weit, dass ich nur noch die Herkules-Gitarrenständer verwende, weil ich von denen einfach überzeugt bin. Es gibt auch andere, das ist mir klar. Aber ich habe so viel Billig-Kram gekauft in der Hinsicht, dass ich dann glücklich war mit den Herkules-Gitarrenständern und habe jetzt nur noch Herkules. Am besten gefällt mir der ultra-kompakt zusammenklappbare Gitarrenständer, der auch in die Gitarrentasche passt. Ich denke, das ist ein tolles Geschenk. Du müsstest nur vorher bedenken, ob es für eine akustische oder eine E-Gitarre sein soll. Das muss man vorher wissen. Dann kann man ihn wunderbar verschenken. Aufpassen würde ich mit Mehrfach-Gitarrenständern. Es gibt zum Beispiel Dreier-Gitarrenständer, wo auf jeder Seite eine Gitarre hängt. Die kann man nur mitten in den Raum stellen. Wenn so wirklich, finde ich persönlich nicht so praktisch. Also bei allem, was jetzt ausladender ist von der Größe her, da würde ich schon genau mich informieren, was derjenige gebrauchen kann. Ob es besser ein Mehrfach-Gitarrenständer sein soll, den man an die Wand stellt. Es gibt auch Gitarrenständer, die man in eine Ecke stellen kann. Manche mögen das vielleicht auch, wenn die Gitarren mitten im Raum stehen, auf allen Seiten des Gitarrenständers dann befestigt sind. Aber unverfänglicher als Geschenk finde ich einen Einfach-Gitarrenständer, wie gesagt, gerne einen klappbaren. Das kann jeder gut gebrauchen. Wenn man es mag, sind auch Wandhaken natürlich sehr sinnvoll, weil platzsparend. Aber man sollte sich natürlich bei all diesen Varianten vorher mal ein bisschen informieren, ob derjenige überhaupt Bedarf an sowas hat. Also am besten funktionieren diese ganzen Geschenke natürlich bei Einsteigern, die noch nicht so viel Zeug gekauft haben. Vierzehnte Geschenkidee fasse ich mal zusammen. Das wären einfach kleine Alltagsgegenstände in Gitarrenform. Also das hat mit dem Spiel natürlich gar nichts zu tun. Aber ich persönlich finde das ganz witzig. Ich habe schon Flaschenöffner in Gitarrenform geschenkt bekommen. Ein Salatbesteck, Schlüsselanhänger und mehr. Kleine Gitarrenmodelle, die man auf den Schreibtisch stellt. Ich finde das ganz nett. Es ist unverfänglich, weil es nicht unmittelbar mit dem Spielen zu tun hat. Also man muss keine Angst haben, dass es das Falsche ist, sondern es erinnert einfach an das schöne Hobby Gitarrespielen, wenn man mit dem gitarrenförmigen Salatbesteck hantiert. Also damit kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass er oder sie das eben schon hat. Die fünfzehnte Idee, über die ich mich auch sehr gefreut habe schon in der Vergangenheit, waren Biografien oder noch besser Autobiografien bekannter Musiker. Das müssen jetzt gar nicht unbedingt Gitarristen sein, aber ich habe zum Beispiel die Autobiografie von Slash geschenkt bekommen, von Eric Clapton, von Ronnie Wood. Bei Leuten, die gerne Gitarre spielen und die auch gerne lesen, finde ich, kann sowas sehr unterhaltsam oder manchmal auch inspirierend sein, eine Gitarristen-Autobiografie. Das waren die 15 Ideen, die ich dir heute präsentieren wollte. Es sind natürlich nicht meine Ideen, aber die Ideen, die an mich herangetragen wurden, die ich teilweise auch aus anderen Videos übernommen habe. Es ist nicht ganz einfach, was gitarrenmäßig Sinnvolles zu schenken, wenn jemand schon sehr lange Gitarre spielt. Also im Zweifelsfall würde ich lieber was anderes nehmen, was Unverfänglicheres. Also wenn du von dem ganzen Gitarrenkram keine Ahnung hast und vielleicht auch den zu Beschenkenden nicht so gut kennst und weißt, was er oder sie jetzt wirklich brauchen kann, dann würde ich vielleicht lieber in einem anderen Bereich suchen und nichts Gitarren-Spezifisches nehmen. Aber wenn du ein bisschen mitbekommst, wo vielleicht was gebraucht wird oder sowas, dann kann das natürlich alles sinnvoll sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Geschenkauswahl, dass dein Geschenk gut ankommt. Nochmal die Erinnerung, wenn du einen Kurs verschenken willst, kannst du dir die Kurse mal anschauen. Es gibt eine Übersicht unten. Und wenn du aber bewusst jetzt den Kurs nicht für dich kaufst, sondern verschenken möchtest, dann schreib mir dazu einfach eine E-Mail kurz an konrad.gitarrenvideounterricht.de und dann teile ich dir mit, wie wir das machen. Gib mir den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür. Bis bald.